hallo zusammen herzlich willkommen zu einem weiteren video wir haben uns vor kurzem mal ein ganz ganz teures mainboard von msi angeschaut das war das z690 godlike jetzt haben wir ein board wo man sehen kann dass es auch günstiger geht also ich will es absichtlich nicht günstiger sagen weil es ist trotzdem mit 400 euro nicht ultra günstig aber für 400 euro bekommen wir hier ein z690 board mit monoblock und der monoblock ist ziemlich speziell das ist ein monoblock der ganz anders ist als die meisten oder wahrscheinlich alle die es bisher auf dem markt gab und das schauen wir uns im heutigen video an wenn du für dein aktuelles older lake system noch arbeitsspeicher suchst hat korsair auf jeden fall das passende für dich im angebot für kleine und non rgb systeme gibt es die vengeance kids mit 32 oder 64 gb und mit bis zu 5600 c36 für rgb und performance liebhaber gibt es die korsair dominator platinum mit bis zu 6400 c36 hier sind pro riegel zwölf leuchtstarke capelle xrgb leds verbaut die ihr mit korsair iq entsprechend individualisieren könnt sowohl die vengeance als auch die dominator platinum kits sind übrigens auch in weiß verfügbar mehr informationen findet ihr über den link in der beschreibung schauen wir uns mal an wie das teil rein theoretisch zu euch nach hause kommen würde hier ist der monoblock drin da das board wir starten mit dem monoblock muss sagen fertigungsqualität ist auf jeden fall absolut on point hat ek sehr sehr gut gemacht wir haben einen kühler der besteht hauptsächlich ich vermute dass es stahl ist ich habe einen kleinen kratztest gemacht und von der härte und allem würde ich vermuten dass das hier stahl ist was dann letztendlich den kühler so ein bisschen zusammenhält könnte auch messing sein ich bin mir nicht hundertprozentig sicher habe auch online leider keine informationen dazu gefunden wissen auf jeden fall dass hier eine kupferbase ist das ist letztendlich das was am wichtigsten ist sieht auch lga 1700 also dementsprechend auch auf die neue generation der cpu ist angepasst haben eine ganz typische struktur hier ist das inlet das wasser wird hier rein fließen geht hier oben über die chat plate nach unten ihr seht hier hat man eben diese ganz feinen kühl finden innen drin verteilt sich dann nach links und rechts geht hier wieder zurück und kommt oben wieder raus und weil eben das wasser hier an der seite auch über drüber fließt wird die äußere platte auch gekühlt und eben nicht nur die kühlplatte für die cpu selbst ich habe jetzt mit der pfeile noch mal so eine kleine kerbe hier reingemacht klar das ist was man bei normalen produkten nicht unbedingt haben möchte aber so kann ich zumindest mal sagen es gibt keine typischen diese rötlichen kupferspäne oder sowas ich würde jetzt sagen dass das definitiv eine stahlplatte ist kommen wir jetzt aber zum mainboard dem wirklich interessanten teil weil hier ist was anders als bei allen typischen anderen mainboards also ich habe sowas bisher noch nicht gesehen ich finde den ansatz der kühlung sehr interessant ich würde es fast mal hybrid kühlung nennen das ist auch das wo wir auch für uns als erstes fokussieren wollen wir haben spannungswanderkühler hier drauf luftgekühltes spannungswanderkühler was man jetzt bei einem monoblock gekühlten bord nicht unbedingt erwarten würde das interessante ist dass hier eine zusätzliche kante reingemacht wurde bzw wenn ihr das mit dem normalen set 96 torpedo vergleicht dann seht ihr dass der kühler hier so ein bisschen schmaler gemacht wurde oben um diese kante hier mit reinzubringen und die kühlung funktioniert dann so dass wir natürlich die cpu in den sockel legen wärmeleitpaste drauf und so weiter und dann werden wir wärmeleitpads haben die oben auf den spannungswandler kühlern aufliegen das ist natürlich ein interessantes kühlkonzept und ist auf jeden fall kostenoptimiert wobei ich mich schon so ein bisschen frage ob sich das wirklich lohnt das werden wir auf jeden fall rausfinden weil natürlich ist das so wenn wir jetzt so ein block hier haben und wir gehen jetzt davon aus dass diese platte hier stahl ist dann ist die wärmeleitfähigkeit von stahl dies nicht so toll aber es ist noch okay dann haben wir wärmeleitpads die da drauf kommen und die haben eine dicke von zwei millimetern das ist auch relativ viel und dann haben wir ja die alu blöcke und die haben eine ok wärmeleitfähigkeit verglichen jetzt alles mit kupfer logischerweise und dann haben wir unten drunter ja die normalen wärmeleitpads die dann zu den power stages gehen insgesamt übrigens 16 power stages für die cpu spannungsversorgung also so gesehen auf jeden fall mal potentes bord für z6 90 overclocking für 12900k zum beispiel was wir dann gleich auch noch ausprobieren werden aber es ist natürlich so dass die kühlkette von den spannungswandern bis letztendlich zum wasser dies schon sehr sehr lang und da bin ich sehr gespannt was die temperaturen dann unter last sagen werden vor allem verglichen mit dass wir keinen ek monoblock verwenden sondern wir werden einfach irgendeinen anderen wasser kühler mal auf der cpu montieren das machen wir gleich als erstes bevor wir alles andere montieren und dann werde ich mir erst mal anschauen wie ist die cpu temperatur im übertakteten zustand und wie ist die spannungswandertemperatur im übertakteten zustand und dann wird mich wirklich interessieren wie viel dieses ek water blocks ich sag mal light design für einen monoblock dann wirklich bringt weil es ist kein monoblock im traditionellen sinne dass der eben hier hinten noch kupferteile dran hat die dann direkt auf den spannungswandern aufliegen das ist nämlich nicht der fall ich finde es vom kühlkonzept her sehr gut also es ist eine sehr interessante lösung rein theoretisch das so zu machen bedeutet natürlich aber auch dass der mainboard hersteller wie msi die kühlblöcke entsprechend anpassen muss so wie das hier passiert dass mit dieser zusätzlichen stufe das heißt es ist nicht eine universelle lösung wo man jetzt jedes mainboard nehmen kann und dann den monoblock drauf packen kann und kann somit die spannungswanderer kühlen das ist definitiv nicht der fall sondern das mainboard muss auch dafür angepasst werden und das bedeutet ja dass man eigentlich schon einen zusätzlichen schritt gemacht hat und was ich mich gefragt habe ist wie wäre das wenn man hier jetzt vielleicht also wenn man davon ausgeht dass man dieses board nur als bundle verkauft warum hat man hier nicht die kühlkörper komplett weggelassen spart sich so die fünf euro für den kühlkörper oder was das dann sind und passt dann den monoblock ein bisschen mehr an und investiert damit mehr geld das hat sich mir noch nicht so ganz erschlossen aber vielleicht ist die kühlung ja trotzdem sehr gut ich baue jetzt mal alles auf und dann sehen wir weiter es ist natürlich möglich dass msi und ek sich die möglichkeit offen halten wollen dass man in zukunft auch einen anderen kühler verwendet bin mir zwar nicht sicher wie viele leute das tatsächlich machen würden weil man kauft es ja als bundle aber das einzige was mir noch eingefallen ist das erste test setup ist soweit aufgebaut mit dem corsair wasser kühler 30 80 ti und im ersten schritt teste ich jetzt einfach x tu stress test mal für 20 minuten und dann schauen wir wohin die reise geht bei sowohl spannungswander als auch bei der cpu aber alles komplett stock man sieht es auch anhand der kurve ich habe es jetzt zehn minuten laufen lassen da steigt es noch so ein bisschen an und jetzt ist es so seit ein zwei minuten relativ stabil von der temperatur und jetzt starte ich die zehn minuten testlauf was die temperaturen sagen die zehn minuten sind fast durch wir schauen uns jetzt die ergebnisse an solange wir uns noch in der last befinden ihr seht im schnitt haben wir hier der leistungsaufnahme von 211 watt das ist schon sehr viel das ist auf jeden fall mehr als man in jedem gamingbetrieb so üblicherweise haben würde wenn wir uns die cpu temperatur anschauen haben wir 87 maximum und 76 im durchschnitt und wenn wir jetzt dann noch zur spannungswandler temperaturen gehen dann sehen wir wir haben hier eine maximale temperatur von 71,5 grad celsius um zu verifizieren dass die spannungswandertemperatur so circa hinkommt habe ich auf die rückseite noch ein füller angebracht 65 also kommt sehr gut hin auch minimal übertaktet hat das board und auch die kühlung hier auf jeden fall genug reserven wir sehen cpu package power durchschnittlich circa 20 bis 30 watt höher wir haben oc auf 5,1 auf allen kernen manuell die cpu ist relativ gut die braucht nicht ganz so viel spannung dementsprechend ist die temperatur auch nicht ganz so hoch wir sehen beim maximum hat sich fast nichts getan durchschnittlich sind wir nur circa drei grad celsius wärmer als vorher und wenn wir jetzt spannungswandertemperatur checken auch hier circa 5 grad celsius mehr aber immer noch absolut im rahmen mit circa 77 grad celsius ich habe mittlerweile schon in die ek backplate montiert wenn man das passt auch schon drauf jetzt müssen nur noch die falsche tüte die wärmeleit pads drauf mal schauen ob man die zuschneiden muss oder nicht ich gehe davon aus dass man die einfach hier drauf legt und dann kühler montieren und dann ready to go die pads sind drauf aussehen tut es auf jeden fall schon mal sehr sehr schön definitiv besser die temperaturen sehen wirklich gut aus nur mal kurz noch mal zur bestätigung wir haben hier das gleiche szenario mit overclocking wir schauen uns doch gleich im diagramm dann an aber schon mal vorab kann ich euch zeigen dass die maximale cpu temperatur jetzt etwas gesunken ist und auch die durchschnittstemperatur der cpu ist etwas gefallen was aber deutlich gefallen ist ist die spannungswander temperatur über 20 grad celsius schauen wir uns jetzt direkt die ganzen ergebnisse im vergleich an wir vergleichen jetzt erstmal den ausgangszustand das heißt der 12.900 k war in dem fall nicht übertaktet ihr seht unten den corsair xc 7rgb pro da hatten wir eine mainboard spannungswander temperatur von 72 grad celsius cpu war maximal bei 87 durchschnittlich bei 76 mit dem ek block auch komplett alles stock hatten wir eine spannungswander temperatur von 51 grad celsius also circa 20 grad kühler durchschnittlich 71 also durchschnittlich 5 grad kühler und maximal 82 auch das 5 grad celsius kühler die cpu bei 5,1 ghz übertaktet sehen wir ein ähnliches bild beim corsair xc 7 rgb block der ist nicht wirklich wärmer geworden wir haben maximal 88 durchschnittlich 79 cpu spannungswander temperatur 77 grad celsius also da hat sich bei der cpu temperatur nicht viel getan die cpu spannungswander temperatur minimal angestiegen beim ek light block also beim monoblock ist die cpu spannungswander temperatur immer noch sehr sehr niedrig also dies nur um 12 grad celsius angestiegen sind wir jetzt bei 53 die cpu kerntemperatur aber jetzt deutlich angestiegen und fast identisch zum corsair xc 7 aber insgesamt trotzdem kühler maximal 86 und durchschnittlich 76 insgesamt muss ich sagen ich bin absolut positiv überrascht davon von der kühllösung erstmal ist es auch beeindruckend zu sehen dass wir ja in kombination aus cpu und spannungswander kühlung besser sind als bei einem corsair xc 7 block man muss ja bedenken dass in dem fall wenn wir nur die cpu kühlen die gesamtlast auf das wasser kühlungssystem weniger ist also wir führen ja 220 watt ab zum beispiel und die spannungswandler selber haben vielleicht 20 watt oder 30 watt das bedeutet wenn wir nur die cpu kühlen dann haben wir tendenziell kühleres wasser und wenn wir dann bedenken dass der ek monoblock sowohl die cpu als auch die spannungswandler beim gleichen kühlkreislauf kälter halten spricht es schon sehr für den block also schon sehr sehr gut gemacht technisch auf jeden fall temperaturen sehr sehr gut man muss auch dazu sagen jetzt die spannungswander temperatur zum beispiel übertakteter zustand maximal 53 grad celsius das ist halt absolut top wahrscheinlich ist es so wenn es ein richtiger monoblock wäre dann hätten wir da vielleicht 45 oder 46 grad celsius erfahrungsgemäß würde ich sagen das ist immer so typischerweise die richtung da muss man aber auch sagen rein technisch spielt es überhaupt keine rolle und da muss man rein technisch aber auch sagen es spielt auch keine rolle ob die spannungswandler jetzt luftgekühlt sind oder eben durch den monoblock gekühlt sind weil ob die jetzt 77 grad celsius haben oder 52 macht keinen großen unterschied das trägt natürlich positiv zur lebenserwartung der spannungswand dabei das ist ganz klar aber das ist wahrscheinlich dann so dass es von von acht jahren zu sieben jahren geht oder sowas also der unterschied ist schon in dem rahmen wo man sagen muss es ist wahrscheinlich nicht so relevant das bord an sich ist eben schon sehr gut mal die spannungswander schon sehr gut sind aber der monoblock definitiv gutes produkt kann man auf jeden fall sagen sehr gut gemacht hat mich überrascht dass es trotz dieser vielen schichten zu den spannungswandern immer noch sehr sehr gut kühlt also interessante lösung ich hoffe das video hat euch gefallen macht's gut bis dahin